Welchen Job hättest du, wenn du keine Schauspielerin wärst? Ich glaube, dann wäre ich Sängerin geworden im klassischen Bereich. Was würdest du tun, wenn du einen Tag lang ein Mann sein könntest? Im Stehen, Pinkeln. Was würdest du deinem 13-jährigen Ich mit auf den Weg geben? Lebe und flieg. Wovor hast du Angst? Vor vielem. Wie würdest du einem Blinden dein Äußeres beschreiben? Barock. Auf was bist du stolz? Ich kann mit dem Begriff Stolz nicht viel anfangen. Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Für ganz vieles im Leben. Für den Frieden vor allem. Deine letzte Notlüge? Danke, ich habe keinen Hunger. Das perfekte erste Date? Am Strand. Beim Sonnenuntergang. Das wolltest du schon immer einmal loswerden. Stress. Und zum eşitt Сейчас. Das Garrin wem. Aber die Frage ist ja nichtyevaber. Ich werde mich immer profitieren. Finding.